Hallo ihr kleinen Sugarfangs, willkommen zurück zu Vampire the Masquerade Swansong. So, wir haben jetzt Dunham konfrontiert und leider haben wir nicht viel aus ihm rausbekommen. Ich habe ihn außerdem laufen lassen. Denn er scheint ja immer noch auf Seite der Vampire zu sein, aber trotzdem... Ich werde das mal knacken hier. Was haben wir da? Ein USB-Stick. Ach, zu hören. Uh-huh. Nummer 6, 2019. 048 AM. The subject has surpassed my expectations. Although childlike in appearance and neutralized, she demonstrates incredible capabilities. Monsignor ordered that she be weakened before her transfer to the Vatican. We will leave her in a high security container in Lab L-04 in Basement 4. In the hope that my hypothesis is correct and she will gradually lose her ability to cause harm. Krass, dann ist ja Herr, also wirklich sehr, sehr mächtig. Ich bin überzeugt, dass meine Theorie richtig ist. Einige sind in der Lage, ihr in den Geist einzudringen und das schon seit Anbeginn der Zeit. Ob man sie nun Medium, Magier oder Zauberer nennt, ich bin mir sicher, dass sie zur Welt dieser Monster gehören. Dies führt mich zu einer zweiten Hypothese. Nicht alle von ihnen haben den Wunsch, sich zu verstecken und aufgrund der Wunderlichkeiten vieler von ihnen muss ich den Verstand dieser Unterkategorie in Frage stellen. Aus direkter Beobachtung oder aus den Berichten derjenigen, die sie manipuliert haben, geht davor, dass die meisten von ihnen sehr ähnliche Eigenschaften aufweisen wie wir. Als ob die Infektion nur eine Monstrosität zu einem stabilen menschlichen Geisteszustand hinzufügt. Jene mit telepathischen Fähigkeiten scheinen dagegen stärker belastet zu sein als die anderen und an einer Vielzahl von Geisteskrankheiten zu leiden. Vielleicht handelt es sich um ein fortgeschrittenes Stadium der Krankheit, die an ihnen nagt. Vielleicht schmilzt letztlich bei ihnen allen die Haut. Was? Wie ich es in den Notizen des Monsignore gesehen habe. Also wie bei Nosferatu quasi. Boston ist für mich eine gute Gelegenheit, meine diesbezüglichen Hypothesen zu bestätigen. Monsignore hat mir versprochen, dass ich bei bestimmten Verhören als Erster agieren darf. Mit angemessenem akustischen und physischem Schutz. Bei diesen Kreaturen weiß man schließlich nie. Okay, krass. Also die wissen nicht mal, dass es verschiedene Clans der Vampire gibt. Seit dem Altertum gibt es Gravuren, Geschichten und Lieder, die von der Kommunikation durch den Geist erzählen. Von magischen und übernatürlichen Kräften, die mithilfe der geistigen Fähigkeiten ausgeübt werden. Aber erst 1882 benutzte Frederick William Henry Myers den Begriff telepathische Halluzinationen. Um das Phänomen zu bezeichnen, durch das der Geist eines Menschen den eines anderen beeinflusst. Myers stützt seine Arbeit auf eine Handvoll recht überzeugender Beobachtungen, die er zwischen 1825 und 1850 in Frankreich gemacht hatte. Der Forscher legte den Grundstein für die experimentelle Untersuchung der Telepathie und des Paranormalen im Allgemeinen. Von Monsignore erfuhr ich, dass die Leopoldsgesellschaft viele ihrer Fortschritte seiner Arbeit verdankt. Deshalb werde ich seine Werke sorgfältig studieren, um meine Theorie über das telepathische Symptom in einem bestimmten Stadium der Entwicklung der Infektionen bei Lehrkörpern zu stützen. Ja, also es haben halt nicht alle diese Fähigkeiten, aber gut. Ist er jetzt tot oder wie soll ich das sehen? Ich gucke mich halt noch an. Aha. Olsens Schlüssel. Oh, hätte ich jetzt die Schublade so aufschließen können, ne? Na egal. Ja, Olsen. Ich habe mich halt angeschaut. Oh, das ist so witzig. Na gut, ein Bug. Oh. Warum hat sie eigentlich ihr originales Aussehen wieder angenommen? Verstehe ich jetzt nicht. Hä? Ich kann kein Aussehen mehr kopieren. Was ist denn da los? Ich will dich halt Olsen, aber das bringt mir ja nix. Oh, ist das blöd jetzt. Habe ich einen Fehler gemacht, dass ich jetzt das Aussehen von ihm wieder angenommen habe? Kann ich mir keinen Agenten jetzt mehr schnappen und den kopieren? Ja toll, dann kann ich jetzt auch nicht in den Keller runterfahren, oder? Theoretisch. Okay, ne, dann gehe ich halt. Als Olsen. Als unsichtbarer Olsen. Alles klar, dann haben wir Leishas Akt jetzt auch gemeistert mal wieder. Aber das müsste ja der letzte gewesen sein, oder? Achtung, ich habe irgendwas fehlt. Oh, ne, doch nicht. Du hättest Troy Collins Identität annehmen können. Du hättest eine Verlegungsdatei finden können. Du hättest eine vertrauliche Akte finden können. Nur 70 Erfahrungen. Okay, du konntest die Basis betreten, ohne erwischt zu werden. Du hast Richard Dunham gehen lassen. Du hast den traumatisierten Soldaten zur Rede gebracht. Du hast dir eine Aufzeichnung von Hellsees Verhören gehört. Du hast den Einsatzraum betreten und Resonanzbonus aus Packs. Troy Collins Identität. Das war der Käpt'n. Du hättest eine Verlegungsdatei finden können. Und du hättest eine vertrauliche Akte finden können. Ja, toll. Wie hätt' ich das denn machen sollen? Ich hatte ja die Tinte nicht. Und die Akte... Oh, MM. Warum kommt sie so weit hinten? 160. Endlich kann ich mal was skillen hier. Wahrscheinlich auch nicht sehr viel. 70. Oh, 0. Ne, warte. Warte, 0. Die Geschwindigkeit. 25 aus Packs. Das hab' ich da. 70. Schlecht. Ich mach' die Geschwindigkeit. So, Schlussfolgern. Weisheit. Ja, und jetzt hab' ich nix mehr. Rhetorik hab' ich nur 1? Ach, komm. Überzeugung, Psychologie, Einschüchter, 0. Wahrscheinlich wegen dem Malus, den ich hab'. 35, 35. Habe ich... 0, 0. Achso, das hatte ich vorher ja schon. Äh. Sicherheit. Einschüchtern. Ja, sonst hab' ich wieder nix mehr. Ach, es ist doch ätzend. Es ist doch ätzend, Kinder. Die SAD-Basis ist um 1.30. Also kommen wir jetzt alle da hin, oder wie? Kann sie etwa schwimmen? Ich dachte, ah gut, in... Ja, in Vampire, weiß ich nicht. Ich glaube, da können die schwimmen. Aber normal können Vampire doch nicht schwimmen, oder? Durch fließende Gewässer. In Pools jetzt vielleicht, ja. Aber nicht in Flüssen oder... ...in Seen vielleicht schon. Aber mehr zum Beispiel ist auch nicht möglich. Greife auf ein Terminal zu, um Kaios Programm hochzuladen. ...und infiltriere die Basis. Hab' ich dann eigentlich mit ihr an Items? Äh, ich hab' den Hunger, den ich eliminieren kann. Den Technologiewert an Dietrich und dann die anderen Sachen. Was war denn der Siegelringgut? Hab' ich ja auch gefunden. Dietrich. Ah, warte mal. War jetzt auch ein bisschen erzwungen, oder? Mh, lass mal kurz was gucken. Äh... Wo hab' ich denn... Oh, Ratten hab' ich voll. Sehr gut. Kontrollierte Jagd. Ja. Hab' noch keinen getötet. Ja gut, da ich das jetzt weiß, wie gesagt. Dass der Verdachtwert sowieso nicht über 100 steigen kann. Ich dachte echt danach erstmal im Arsch, ne? Das ist so schlecht. Ich hab' wirklich zwei verpasst. Hier hab' ich zwei verpasst. Bei den ersten beiden war ich noch richtig gut. Ah ja. Die kann sich halt nicht taten und gar nichts. Sie ist eigentlich voll gefährdet hier. M.M. Wenn es hier jemals sieht, ne? Ah, guck mal. Hier war Leysha unten auf dem Steg. Und ich bin jetzt hier oben mit ihr. Ich bin der einzige Sprung. Da werd' ich jetzt wahrscheinlich ne Menge Blut verbrauchen wieder. Aha. Ja, da mach' ich so wahrscheinlich oder anders. Dass ich oben lang springe. Auch immer noch vier... Äh, fünf Punkte. Na gut. Das soll's. Detailliert beobachten. Ah, Nummer 1,24. Okay. Was soll ich damit anfangen? Äh, Wartung durchgeführt am 1.4.2018. Wartung durchgeführt am 3.4.2018. Fertigstellung bis 22.04. Durch... Ursache durchgebrannte Schaltkreise aufgrund von Wasserschadenflut. Ausfahrt und Ausfahrt bis zur Wartung geschlossen. Und so weiter. Nummer 1,24. Ist das wichtig? Zahl. Ventilator. Wahrscheinlich, ja? Ah, guck mal, ich wette. Hier hätte ich hochspringen können. Yo. Hätte sechs Blut gekostet wahrscheinlich. Also sechs Hunger verursacht. Guck mal, sie hält immer noch Ausschau. Hihihi. Ja, geil. Das ist so witzig, dass sie das halt echt jetzt durchzieht die ganze Zeit. Wahrscheinlich bis sie tot umkippt. Die Anarchenbewegung stellt jedem Vampir dieselbe Frage. Warum gehorchst du? Die Bewegung ist so alt wie die Kamerilla und wurde nur nach all den Jahren als inakzeptable Gefahr in gefährlichen Zeiten aus dem Turm geworfen. Das Ergebnis ist ein Krieg in den Straßen. Neues Blut, das neue Kollektive und Baronien füllt. Und zwangsläufig auch Reinigungen. Währenddessen marschieren viele Anarchen unter roten Bannern, aber ebenso viele wollen einfach nur in Ruhe gelassen werden. Während sie überlegen, wie sie wohl an ihre nächste Mahlzeit gehen. Ja, lass mich raten. War das eine Lüge von ihr? Ich dachte, Iverson will sich auch einmischen. Na klar. Ah. Da könntest du aber auch drüber klettern, mal ganz ehrlich. Sie ist schmal genug. Nur mal so. Ja gut, dass wir Rafa dazu gewonnen haben. Mach ich dann glaube ich auch. Ich kontaktiere ihn dann wohl. Oh je, nochmal. Ey, drei Sprünge. Ne, lass mal. Ich kontaktiere Rafa. Was haben wir das denn gemacht? Was haben wir denn denn mitgenommen ins Boot? Rafa, bist du da? Was willst du? Es gibt ein bisschen locken, das mich stopt. Eine große Boxe mit Knöpfen. Sieht elektronisch. Any ideas? Es ist praktisch, wenn man so einen Technikfreak dabei hat. Ich glaube echt, sie sollte sich den Anarchen anschließen. Weil das war... Oh. Weil das war Journey nicht gesehen haben. Haben sie extra dahin geschickt. Oh. Okay. Oh. Büroklammer. Ja, warum nicht? Okay. Ja, wenn man sich da so ein Wissen über die Jahre aneignet, vergisst du ja auch so schnell nicht wieder. Eigentlich voll gut. Geil. Rafa ist super nützlich. Ah, theoretisch. Die Alep kann das vielleicht öffnen mit dem Chip. Er hat den ja noch. Ja, wenn er noch lebt, heißt das. Aber ich mache mir keine großen Hoffnungen, weil ich das vergeigt habe. Was ist das denn? Der Klubvisitenkarte. Hat jemand gepokert, ja? Okay. Sieht so aus, als müssten die schnell aufbrechen, weil das Geld liegt noch da. Keep clear. Ah, komm mal Nummer 124, Nummer 322. Ah, lass mich raten, das ist bestimmt noch nützlich, dass ich das mitgekriegt habe, mit nach oben gucken. Oh, sie kann nicht aussaugen, sehr gut. Hier, was für den Ventilator. Wette, ich kann nicht runter, das wird nicht funktionieren. Oh. Jetzt ist es auf. So einfach geht das. Oh, da ist aber noch einer. Das ist schlecht. Äh, greif uns das Terminal zum Kajos-Programm. Ja, genau. Komm, ich saug sie mal aus, hä? Ich brauche so noch fünf. Fünf Blut, aber... Ich bin mit ihr gelandet jetzt. Na gut, komm mal her. Das ist noch ein Zweck zu erfüllen. Mich zu füttern. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Geil. So, die haben wir jetzt. Werd ich wohl nicht vollkriegen. Außer ich töte sie noch. Also ich werd sowieso nicht vollkriegen, aber bin ich lustig, dass man die halt einfach noch abschlachten kann, die Leute. Dann kriegt man den zweiten Bonus auch noch, wie gesagt. Ich find's aber auch schön, wie gesagt, dass man sich da nicht irgendwie verrennen kann, indem man etwas nicht geskillt hat, weil es gibt immer die Optionen, auch anders alles zu regeln. Man vereinfacht sich's halt lediglich dadurch, dass man... Oh, da ist ein Kasten, verdammt. Ja, ja. Chill. Oh. Oh, nein. Sie hat einfach gelogen und opfert die Anarchen. Verdammt. Ach, MM. Ich dachte, sie meint's halt echt ernst. Warte mal, wie viel hab ich denn bei den Ratten? Okay, Ratten sind voll. What? Wie geht's denn jetzt weiter? Äh, nach unten gehen? Okay. Hammer. Aber die lenken sie wahrscheinlich auch jetzt ab, ha? Die Anarchen. Sind ja weiter. Das ist überall abgesperrt. Oh, nein. Ich wollte ganz ehrlich sagen, ich seh jetzt bestimmt, wie sie kämpfen und alle sterben. Oh. Oh. Ach, Mann. Ah, das sind die Anarchen. Hat sie sich da versteckt vor denen. Was? Wo sind die denn? Das ist ein Waste von meinem Zeitraum. Das ist eine Ratte. Aber es ist wenn ich jetzt jemandem in die Arme laufe, wenn ich dann dran und sterbe vielleicht? Ich verstehe leider nicht was mir das sagen wollte, dass ich mir, dass ich nach oben schauen soll mit den Ventilatoren vielleicht. Kann ich sie jetzt platt machen, ist MM echt so stark? Oha! Alter Schwede, sie ist echt flink und geschmeidig. Das ging flott. Was haben wir hier? Warum ist es nicht funktioniert? Shit! Ich habe gesagt, ich würde es nicht lang... Oha! Not a word! Ich habe auch educativen. Jesus... you'ven... you're one of them. A blank body. what. What do you want? Ich woher funktioniert. Warum nicht? Alles klar? Was ihr ξenimet? Ja, ja, ja. Das ist der einzige Weg, um deine ... ... Dinge zu sparen. Tell me how to get there. Du musst den Intelligenz-Elevator nehmen ... und gehen all the way down ... to the bottom floor. Ich habe dir alles, was ich weiß. Kann ich jetzt gehen? Hm. Verrücker. Warte mal. Oh, sehr gut. 10% Erfolgschance bei einem Unentschieden. I need you to answer a few more questions. I'm on a very important errand. Is way above your pay grade. You have to help me. I ... I can tell you're right. What do you want to know? Armer Kerl, irgendwie tut er mir leid. The party. I know somebody sold us out. Who was it? I ... I don't know. But the informant wasn't working alone. I heard they had an accomplice. What? Got a name for me? No. Nobody knows who it is. They just send us intel. That's all. Am Ende was Iversons selbst. Der Prinz. What do you have on us? Lots of stuff. Profiles. Names. Sometimes even addresses. Your snitch sure was busy. So then. You know who I am. No. Your face isn't familiar. What am I gonna do with you? You promised you'd let me leave. Ja komm, ich werde ihn leben lassen. Oder? Ich hoffe, das ist kein Fehler. I'd like to let you live. But you better know how to keep your mouth shut. If you squeal. If you warn the others in any way. I'll track you down and kill you. I find you and I will kill you. Yes. I won't say a thing. I promise. I'll stay here. I won't budge. Alright. Kannst du ihm das nicht irgendwie befehlen? I won't move. Oh, greif auf. Das haben wir jetzt so. Ist gescheitert. Ja gut. Ging ja schlecht, oder? Vorahnung. Ausbex 3. Ach man. Jurist Doktor. Yale Law School. Das reeks von Geld. Dirk Brook. Ja. Ja, doof, ne? Echt doof. Shane Duncan. Status aktiv. 36 Jahre alt. Aus Detroit. Das sind alles Agents, ja? Mr. Duncan hat einen Bachelorabschluss in Sport von der University of Hartford. Er war außerdem Kapitän der Fußballmannschaft seiner Schule. Er diente fünf Jahre lang beim USMC, also beim Marine Corps. Hervorragende Beurteilung und Empfehlung von seinen Vorgesetzten. Geschieden keine Kinder. Zahlt eine monatliche Rente an seinen kranken Vater, der noch in Detroit lebt. Private Shane Duncan ist ein ausgezeichneter Mitarbeiter, der diszipliniert ist und sich jeder Situation anpassen kann. Er hat eine hohe Toleranz gegenüber feindlichen Umgebungen. Unter Druck gesetzt kann er allerdings gewalttätig werden. Er hat schon einmal Hilfe unserer psychologischen Abteilung gesucht. Cassie Hanson. Haha, verstorben. 32 Jahre alt. Aus Atlanta. Tochter eines Veteranen der US Army. Miss Hanson absolviert ihre Ausbildung an der Militärakademie West Point und schloss diese auch ab. Sie diente fünf Jahre lang in der US Army. Sie ist eine Veteranin des Konflikts in Afghanistan. Keine Kinder. Ledig. Private Cassie Hanson ist eine wichtige Bereicherung für unsere Abteilung. Sie ist widerstandsfähig und entschlossen und verfügt über große mentale Stärke. Die Hintergründen der US Army und ihre Leistungen im Einsatz machen sie zu einer idealen Kandidatin für eine Position mit mehr Verantwortung. Sie hat schon einmal Hilfe bei unserer psychologischen Abteilung gesucht. Cassie Hanson wurde im Rahmen der Operation Burrow im Dienst getötet. Steve Sato. 32 Jahre alt. Aus New York. Enkel von japanischen Einwanderern. Er besuchte die Columbia University, wo er einen Bachelorabschluss in angewandter Physik erwarb. Mr. Sato diente drei Jahre in der US Army, bevor er 2016 zur SAD wechselte. Verheiratet mit Adela Palomo 2008. Er hat eine Tochter May, die 2017 geboren wurde. Private Steve Sato ist ein zuverlässiger Mitarbeiter, der seine Fähigkeiten im Einsatz wiederholt unter Beweis gestellt hat. Er ist diszipliniert und ein guter Teamplayer. Allerdings ist er äußerst sensibel, wenn es um Minderjährige geht. Insbesondere seit der Geburt seiner Tochter. Er hat schon einmal Hilfe bei unserer psychologischen Abteilung gesucht. Er ist ja auch klar. Geht mir genauso. Ich bin da viel sensibler geworden, was Kinder angeht. Also auch in Filmen. Das ist echt schlimm. Ich kann mir das nicht mehr so gut angucken. Das ist Hogan. Wir haben gerade den Administrationsweg. Was ist dein Status? Beautiful day come. Danke für deine Familie. Wir sind zwei Tage nach unten. Hurry up. Copy that. Die Nummer ist der Weg. Geht, geht, geht! Kann ich wieder hochgehen? Oh, okay. Ich kann wieder hochgehen. Ja, krass, ne? Es wird sein ... Alright. Es wird sein ... Gespräch Roshan Singh. Äh, der Kandidat hat fundierte Kenntnisse über unser Regierungssystem nachgewiesen. Er behauptet ein Teamplayer zu sein und dass er die Fähigkeit durch sein Engagement in Sport und Vereinen erworben hat. Seine körperliche Verfassung ist zufriedenstellend. Er schaut keine Vorstrafen zu haben. Der Rekrutierungsprozess hat begonnen. Mr. Sin oder Sinch wird demnächst zu einem zweiten Gespräch eingeladen. Okay, okay. Hier noch irgendwas. Sitzung Mr. Lovelace. Videoanruf New York. Konferenz in Nashville. Ja. Mal sehen, wie sie das macht. Wow. Schön. Ah, ich dachte schon, da hab ich doch was gehört. Oh nein. Will ich da noch was machen? Nee. Nee. Und die Sachen wirken auch so ein bisschen unnötig platziert. Oh oh. Wo sind die denn? Oh, das ist die Ratti, die ich gesehen hab. Ein paar mehr kleines. Nam 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 nam. Ausgelutscht. Das ist wieder was mit Geschwindigkeit, so wie es aussah. Hier geht's wohl wieder runter. Oh, nach unten. Wenn ich nach unten gehe, ist es das letzte Mal, dass ich das kann wieder. Also dann ist halt ohne Wiederkehren mal wieder. Okay, was ist denn da oben noch? Oh. Aha. Lass knacken oder verfolgen. Ja. Ist es ein großer Propeller, der schreit? Ja. Okay, du solltest die Motor-Wires sehen. Kutze sie. Welche? Es ist egal, es wird nicht explodieren. Wollte ich auch sagen. Ich kann das mit meinen händlichen Händen kutzen. Ich muss das finden, um die Wires mit zu kutzen. Das ist keine Bombe, da brauchst du keine Sorgen machen. Dass du die falschen Drähte durchschneidest. Das ist ein Waste meiner Zeit. Äh, verfolgen. Okay. Ach hier. Ach Mist, da komme ich aber nicht rein. Ja, komm, klack mal das Schloss. Geht auch so. Hätte ich dir noch eine Karte irgendwo holen können? Oder einen Chip oder was? Aha. Oh. Aha. Fortschrittsbericht Nummer 8, Operation Swansong an Mr. Joe Lovelace. Lovelace? Äh, Operation Burrow. Die Einheit unter der Leitung von Captain Troy Collins gelang es, ein neues Exemplar, Subjekt C23, zu neutralisieren. Weitere Einzelheiten finden Sie im Bericht Nummer 23 der Eingreiftruppe. Gefangennahme eines Eindringlings. Eindringen und Ergreifung eines Lehrkörpers auf dem Stützpunkt Long Island. Das Exemplar wurde von Walter Stanford von der Leopold-Gesellschaft gestellt und befragt. Wir warten noch auf die Ergebnisse dieser Befragung. Sicherheitsstufe wurde erhöht. Information, Informantenbefragung. Wie im letzten Bericht erwähnt, haben unsere Teams mehrere der während der Operation Nest gefangenen Exemplare verhört. Einer von ihnen behauptet, für uns als Informant zu arbeiten und hat sich mit einem Codenamen identifiziert. Das Exemplar steht unter der Aufsicht und Verantwortung Mr. Walter Stanford. Wir warten noch auf die Ergebnisse dieser Befragung. Wer will scheinen? Also, Caleb war es nicht. Caleb war es hoffentlich nicht. Bericht zur Operation Swansong. Zu hinten Miss Yama Walker. Sehr geehrte Miss Walker. In der Anlage finden Sie einen ausführlichen Bericht über die jüngsten Fortschritte von Operation Swansong. Obwohl die Operation Nest bei der Beseitigung der Terroristen äußerst erfolgreich war, gab es mehr Zivili-Verluste als erwartet. Unser Team hat die Opfer vorschriftsmäßig zu unserer Zentrale gebracht und identifiziert jetzt die Leichen. Es versteht sich von selbst, dass die Kollateralschäden, wenn nicht angemessen damit umgegangen wird, die Sinnhaftigkeit künftiger Operationen gefährden könnten. Wir hoffen daher auf die uneingeschränkte Mitarbeit Ihres Teams, um im Umgang mit der Öffentlichkeit und der Medienberichterstattung über diesen Fall zählen zu können. Unsere Abteilung für Außenkontakte steht Ihnen jederzeit zur Verfügung. Joe Loveless, Direktor SAD, Abteilung New England. War es, glaube ich, ne? Echt, das waren nur wegen ein paar Informationen. Ich hoffe, dafür gibt es knackige Erfahrungspunkte. Aber ich glaube, wir sind jetzt hier fertig. Ja, shitty, ne? Mit der Karte. Ich sage ja, ich habe anscheinend so viel falsch gemacht oder verpasst, weil die ganzen Informationen, die wir noch hätten kriegen können, oder hier auch die ganzen Türen... Keine Ahnung. Ich habe wahrscheinlich irgendwo eine blöde Karte übersehen und das ist jetzt die... Ach, nee, guck mal hier. Da geht doch der Ausbex noch weiter. Das ist jetzt die Quittung dafür, wollte ich sagen. Ah, guck mal. Ah, sie hat sich hier geschnitten. Wow. Ja, okay, vergiss das. Das war die Technikerin. Ich hätte Ausbex gar nicht gebraucht. Ich hätte wahrscheinlich auch so hier runter können dann. Also oben die Drähte durchschneiden. Oh nein, Saul! I'm here. Need help up here. Too many of them. Watch out. Wait. Oh, Journey. You got Journey with you? She joined us. Where the hell is Iverson? We need backup. Gotta get up to me. Shit. Saul? Oh, man. Atkin, behind you. Jay? Oh, who's rich? Saul? Saul, you there? Ja, Journey! You got neutralized. No, 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 no. Oh nein, die sind alle tot. WTF. Oh nein, ich hab sie in den Tod geschickt. Verdammte Axt. Kein Fehlschlag. Was? Näh dich auf die Fähigkeit Psychologie und Minus auf Einschüchtern. Also plus eins auf Psychologie, Minus auf Einschüchtern. Alter, du hast rausgefunden, dass der Freta einsteht. Du hast rausgefunden, dass der Verräter einen Codenamen hatte. Du hast rausgefunden, dass der Verräter verhört wurde. Du hast den SAD-Agenten verschont dafür gesorgt, dass er schweigt. Resonanz-Bonus Präsenz. Du hättest mehr über den Verräter rausfinden können? Wie denn? Und du hättest den Code zum elektronischen Vorhängeschluss finden können? Ja, sehr egal. 70 Erfahrungen. Oh, Galeb. Galeb lebt doch noch. Ich bin überrascht, aber auch froh, wirklich. Okay, was nehmen wir denn? Ihn hab ich halt echt, glaube ich, am besten skillen können, soweit. 70. Das braucht alles so viel. 90 sogar. 70. Oh Mann, ey. 35 nehme ich mal. Plusfolgern. Oh, 40 Verweisseiten nehme ich auch. 60, 30, 60. Ich nehm noch einschüchtern. 65. Ach Mann, 100, 150. Ich könnte sie knicken. Körperlich. Ne. 70. Ja, geht alles nicht mehr. Ich glaub, mit 2 fahr ich auch gar nicht. Ja gut, ich hätte Seelenstärke vielleicht noch. Hab ich letztes Mal gebraucht und dieses Mal weiß ich nicht. Hä? So, hier. So, 90. Nehmen wir Seelenstärke noch. Oder Beherrschung. Oder Präsenz. Ich weiß es nicht. Letztes Mal hab ich das gebraucht. Aber jetzt? War ich das immer noch, ist die Frage. Oder eher Silberzunge. Oder Beherrschung 3. Ich weiß es nicht. Ich nehm Seelenstärke. Hoffentlich ist es totaler Quatsch. Ist hoffentlich nicht. Ja komm. Scheiß drauf. Peng. Egal. Zack. SAD Basis. Welt der Finsternis hab ich abgeschlossen und ich will dich nie wiedersehen. Abgeschlossen. Das sind Achievements. Oh, auch um 1.30 Uhr. Interessant. Aber er ist ja schon da in der Basis. Ich frage mich, wie er jetzt aussieht. Ach du Scheiße. Was haben die mit ihm angestellt? Was haben die mit ihm angestellt? Was haben die mit ihm angestellt? Oh, Galeb. Alter, sieht er aus. Was für dünne Ärmchen er hat. Beruhigte Bestie. Oh, der hat einen Holzflock. Übel. Alter, schwer. Der sieht aus wie Two-Face, sein Gesicht. Das Ding hat mir nicht so schlecht. Ja klar. Die glauben halt. Die haben den wahren Glauben, wie man sagt. Na gut, Leute, ich werde mal hier Schluss machen. Das war es für den Part. Ich hoffe, euch gefällt es weiterhin. Danke fürs Zusehen, danke fürs Liken und Kommentieren. Ich glaube mal, so lange wird es jetzt nicht mehr dauern. Es wirkt alles schon so ein bisschen, als würde alles gleich zusammenlaufen. Und dann ist das fertig. Auf jeden Fall, danke und wir sehen uns zu Swansong. Tschüss.